So Freunde, euer Marc, euer Juli und wir stehen hier gerade in der kleinen Body-RP-Küche. Wir wurden gezwungen, wir dürfen für Simon was kochen und zwar heute ist es ein bisschen Kälter draußen. Deswegen eine kleine herzhafte Suppe. Eine kleine Süßkartoffel-Suppe. Genau. Vorher natürlich noch, im Deal des Tages, das Kulik in Grau. Voll gebat, mit vollem Körpereinsatz gekocht. Genau, nur 4-2 Stunden lang. Wie sagen wir, der beste Pulli, den ihr haben könnt. Wie haben wir angefangen? Wir haben zwei Süßkartoffeln, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, was haben wir noch? Eine Zitrone, ein bisschen Zitronensaft, dann noch ein bisschen Ingwer. Mandelmilch waren so ungefähr 250 Milliliter, das kommt ganz auf die Konsistenz auf. Genau und dann noch ein bisschen Curry und Salz und Pfeffer nachgeblieben. Genau. Angefangen haben wir damit, dass wir die Süßkartoffeln ein bisschen geschnitten haben, in kleine Würfeln. Kleingeschnitten und schneller fertig waren, weil Simon hat Hunger gehabt. Genau. Dann die schon mal fertig gekocht, dann angefangen die Zwiebeln zu schneiden, gleichzeitig die Knoblauchzehen so ein bisschen klein zu machen und ein bisschen Ingwer kleingeschnitten. Anschwitzen. Dann das angeschwitzt, genau in der Pfanne. Dann die Süßkartoffeln ein bisschen dazugegeben, ein bisschen Salz und Pfeffer dazugemischt und danach alles zusammen schön in den Mixer. Dann ungefähr, genau 250 Milliliter Mandelmilch hinzugegeben. Genau. Dazu noch ein bisschen Zitronensaft und dann noch, genau nach Belieben und dann noch ein bisschen Curry obendrauf. Das Ganze ein bisschen abgeschmeckt. Wie Simon sagen würde, eine köstliche, fantastisch, unfassbar köstliche Suppe. Unfassbar köstlich. Ja, aber es war wirklich super. War unfassbar köstlich. War wirklich super. Also, genau. Ich glaube, wir haben einen Chef glücklich gemacht. Ja, hoffentlich. Ach ja, genau. Als Topping ein bisschen Schnittlauch obendrauf, dann noch ein bisschen griechischer Joghurt. Das bringt so eine super Note mit rein. Der kalte Joghurt ist echt super dafür. Natürlich nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Deal des Tages nicht vergessen. Genau, unser Kuneck. Unfassbar sexy Pulli, auch für Frauen. In Grau. Genau, nur 24 Stunden lang. Facebook, Instagram für ein bisschen was Privates. Ach ja, genau. Und sag nicht zu fies zu uns. Wir sind noch ein bisschen ungeübt, aber wir tun unser Bestes. Wir durften ja, wir mussten. Wir durften ja, wir mussten nicht, wir durften. Wir durften. Wir durften für Simon kochen. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Eure Juli.